Guten Tag meine Damen und Herren, liebe Frau Hoffmann, ich freue mich sehr, die Laudatio für Sie sprechen zu können. Das Forschungsthema von Frau Dr. Maike Hoffmann ist uns allen nur zu präsent. Die Maske ist quasi schon angedeutet. Sie hat in den vergangenen Jahren an SARS-CoV-2 und T-Zell-Antworten auf das Virus geforscht. Sie konnte zeigen, dass nach einer natürlichen Covid-Infektion und nach einer Impfung neben der Immunantwort aus Antikörpern auch eine zelluläre Immunantwort entwickelt wird. Interessanterweise erfolgt nach einer Impfung mit mRNA-Impfstoffen zunächst eine Spike-Protein-spezifische T-Zell-Antwort. Und das Spike-Protein haben wir auch schon oft gehört davon. Erst danach entwickelt sich die notwendige B-Zell-Antwort und schützende Antikörper. Arbeiten wie ihre sind enorm wichtig für die Bewertung von T- und B-Zell-Immunität nach der Covid-Impfung sowie den entstehenden Immunreaktionen. Nicht zuletzt verhelfen sie zu verstehen, wie nachhaltige Impfwirkungen dokumentiert werden können. Und dies ermöglicht uns eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Einschätzung der Sachlage wie die Coronavirus-Pandemie und die Diskussion um den Umgang damit. Das Fachgebiet von Maike Hoffmann ist die Immunologie, die Hepatologie und die Virologie. Für ihr Arbeiten von ihr haben Wegweisend zum Verständnis der Immunologie, der chronischen Hepatitis C-Infektion und der Mechanismen der T-Zell-Erschöpfung beigetragen. Was ist das T-Zell-Erschöpfung? Das ist ein Phänomen, das vor allem während einer chronischen Antigen-Exposition beobachtet wird. Antigen-spezifische T-Zellen sind dann weit über die Effektorphase hinaus funktionell beeinträchtigt, was für viele immunologische Prozesse relevant ist. Zum Beispiel in der Infektabwehr oder auch der Tumorimmunologie. Sofort leuchtet ein, wie wichtig die Translation solcher Forschungsergebnisse für den Menschen ist. Und dabei ist es stets eine Herausforderung, genetische Mausmodelle so zu verstehen und zu interpretieren, dass diese in die Klinik translatiert werden können. Zum Werdegang von Frau Maike Hoffmann. Sie studierte molekulare Medizin in Freiburg und promovierte dort auch in 2014 über Virus Hepatitis. Sie ist jetzt Arbeitsgruppenleiterin an der Klinik für Innere Medizin II am Universitätsklinikum Freiburg. Ihre Forschungsprojekte schlagen sich in exzellenten und konstant höchstrangigen Publikationsleistungen in Journalen wie Immunity, Nature Immunology, Nature Medicine und Nature Nieder. Maike Hoffmann wird unter anderem in mehreren Verbundprojekten wie in Sonderforschungsbereichen auch durch die Helmholtz-Gemeinschaft und das BMBF gefördert. Dr. Maike Hoffmann hat aus Sicht der Jury den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis 2022 besonders verdient. Sie sind ein beeindruckendes Vorbild für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler früher Karrierephasen im Bereich der Biomedizin. Sie sind in der Lage mit ihrem fundierten immunologischen Wissen als Grundlagerforscherin sehr schnell auf aktuelle und klinische Fragestellungen einzugehen und haben so einen Beitrag zur Bekämpfung dieser globalen Pandemie geleistet. Gleichzeitig gelingt es Ihnen auch Familie und Beruf zu verbinden. Im Namen der gesamten Jury gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zu dieser Auszeichnung und wünsche Ihnen natürlich allen Erfolg und alles Gute weiterhin. Applaus